Habe ich Mama eine geschenkt? Ja. Ich habe Scheiß unten am Meer, wieder die Sonne. Ja wahrscheinlich, ja. Das wird auf jeden Fall schön warm. Soll das werden am Strand. 25, 24, 25 Grad haben sie gesagt. Das ist doch schön. So ab 14, 15 Uhr, 14 Uhr am Strand. Ja und davor können wir ja noch die Krachen ein bisschen steigern. Genau. Ist das Wasser erträgbar? Weiß ich nicht. Ich nehme an, das ist warm. Dass man noch... Wenn der Sonne ist, ist ja bestimmt warm. Eigentlich ist ja eher der Pazifik warm. So mit solchen Strömen und sowas. Wieso stinkt das hier? Dann brennt es da. Weil das ist von unserem Oldenhof. Ja.